Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Aberkennen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Aberkennt, Aberkannte, Hat aberkannt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich aberkenne. Du aberkennst. Er aberkennt. Wir aberkennen. Ihr aberkennt. Sie aberkennen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich aberkannte. Du aberkanntest. Er aberkannte. Wir aberkannten. Ihr aberkanntet. Sie aberkannten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe aberkannt. Du hast aberkannt. Er hat aberkannt. Wir haben aberkannt. Ihr habt aberkannt. Sie haben aberkannt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich aberkenne. Du aberkennest. Er aberkennet. Wir aberkennen. Ihr aberkennet. Sie aberkennen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich aberkennete. Ich aberkennete. Du aberkennest. Er aberkennete. Wir aberkennen. Ihr aberkennet. Sie aberkennen. Den Schluss macht der Imperativ. Aberkenne du. Aberkennen wir. Aberkennt ihr. Aberkennen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb aberkennen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zsepp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Mal.